Hi Leute und Willkommen zu Link to a Pass. Wir haben jetzt den Eispalast beendet und haben uns nochmal gleich ein Heftteil geholt und waren bei dem Bocken-Typ. Haben da was gemacht? Da wollte ich jetzt nicht wirklich hin. Da hab ich da. Jetzt nehmen wir die Flöte. Weil die brauchen wir jetzt unbedingt, sonst kommen wir nicht zum Sumpftempel. Der ist nämlich hier unten bei der Wüste, bei der 6. Der ist nämlich hier. Der ist jetzt hier rein. Sonst kommen wir ja nicht hin. Ah, jetzt ist es richtig, jo. Ehe. Weil ich möchte unbedingt mein goldenen Schwert und das gerät man nur. Hoppla. Wenn wir auch wirklich diesen Tempel, sowohl den Eis-Tempel, den wir schon haben, fertig haben, dann können wir uns die Bombe holen. Das rosa Teil da bei Links House, in der Schattenwelt ist da dieses Bombe-Geschäft und da haben sie dann diese rosa Bombe. Ja klar, Bombe verschwenden muss ich da, hier geht es auch nicht mit Rammen. Hm. War ja zum Abend ein Small-Film. Na, was hast du zu sagen? Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis für dich bewahren, aber das ist schon wieder sowas, was ich eh wieder weiß. Nein, interessiert mich nicht. Willst mich bloß abfackern. Darauf habe ich nicht wirklich Bock. Mir war so, als ob ich hier mal was holen könnte. ein Herzteil. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr ganz genau. So weit. Jo, war auch so, dass hier noch ein Herzteil rumlungert. Und wir holen uns das mal dann gleich. Ja, wir haben es. Jo, da ist unser Herzteil. Ich glaube hier war noch ein zweites, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube hier war noch ein zweites, weil ich mich noch recht erinnern. Na ja, ich habe auch eine Masse Durchläufe gehabt. Und komischerweise wurden die Wasserwecken immer schwer gemacht worden. Oh, Alter. Was ist denn mit dieser Rüstung zieht der Zweier ab? So ein kleiner Piepen hat es da. War nicht so klug da stehen zu bleiben. Ja, habt ihr auch gewusst, es gibt zwei Herzteile. Was waren sie Rubina? Das hat sich doch mal gelohnt. Ah, ich will vorher mal auffüllen gehen. Vorher sollte ich besser hier auffüllen. Jetzt kann ich hier zurück, sonst komme ich nicht so gut. Ah, ist eigentlich auch egal. Die Flasche waren da leer. Hab ich ja gar nichts vergessen. Ich habe ja gar nichts vergessen. Ich habe es ja nicht vergessen. Oh, nein, das ist zwar so. Man muss ja gar nichts vergessen. Ich habe es ja gar nichts vergessen. kaufen die restlichen 2 fülle ich mit da kommt schon feen wenn diese denn gefühlt aber diese wassertempel reist haben die man die wörtlich bei jeden fast ein paar hinser der immer am schwersten finde ich also der vorherige tempel der war ja wirklich mal schwer dafür war ein gegner reich aber das alles erfüllt sind jetzt voll quasi und es geht weiter wir haben uns die beiden herzteile hier geholt und wir werden direkt zum palast gehen hier brauchen wir das und das haben wir ja auch also hat ein bisschen gedauert so jetzt sind wir im suftpalast ein problem wir müssen doch den wassertempel zuerst machen wir kommen dann nicht drum rum also müssen wir doch machen und wir müssen das ein bisschen verschieben macht ja auch nichts uns bleibt halt nichts anderes übrig weil wir brauchen die ente halten sonst kommen wir hier nicht weiter naja das müssen wir hier rücken ja weil wir müssen jetzt das hier fluten bzw. den gang hier hinten der musste flutet werden das können wir hinterher nicht weiter wenn ihr euch das herzteil hier nicht geholt habt dann ist da wo die fritze ist denn ein herzteil ja wir haben uns das der spiel sagt schon geholt und dann müsst ihr da bei uns jetzt kein herzteil wirst du mal so jetzt müssen wir wieder in der schattenwelt dann kommen wir nur hier denn rein so jetzt muss ich mal überlegen mal hier noch ein herzteil ich glaube nicht ich komme nicht darum rum eine bombe zu verwenden ich komme nicht darum rum eine bombe zu verwenden das war klar das musst du unter uns bleiben Verstanden Uiuu 300 also der gefällt mir du gefällst mir Hat man auch nicht alle Tage, dass man mal ein paar Rubine geschenkt bekommt. Es war kein Herzteil und es hat sie trotzdem einen Lohn. Ein paar Rubine braucht man immer mal. So, jetzt nehmen wir hier rein. Wir haben jetzt das so hier geflutet. Sag mal. Oh, ach ja, da war ja wasch. So funktioniert es nicht. So funktioniert es euch noch gar nicht. Also schön war noch einmal von vorn. Na komm. Hab zwar wieder ein bisschen Ding verloren. Ähm. Hoppla. Jau. Wird jetzt draußen wieder ein bisschen dunkel. So. Jetzt müssen wir weiter kommen. Ja. Hat von so genuckelt. So. Türen öffnen die Schöpfade. Ja. 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 Jau. 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 Iai. Jauj. Ja Lass mich in Ruhe klein Oh Alter Werden wir unter Dauerfall eingehen Hilft nix Bombeherr Glaubst du? Eine Karte? Jetzt haben wir das Kerzen Aber die Karte Ja So 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 Da brauche ich den Master Schüssel, da ist nämlich die Drohze mit dem Enterhaken drin. Ich habe ihn erwischt, aber da komme ich nachher wahrscheinlich wieder raus. Und was soll das jetzt hier gebracht haben? Ich muss hier was über 10 haben, aber was? Für was hat das jetzt hier gebracht? So Karte, ist da irgendwo ein Durchgang? Hier sieht nichts nach Durchgang aus. Hm. 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 Ach dafür. Für einen Kompass, für einen einfachen Kompass zwei Räume. Ja, freilich. So eine kleine Popeldruhe mit einem Kompass drin. Ich muss mal überlegen, wo ich zuerst reingehe. Ich gehe mal erstmal in diese offene Tür rein. und so eine kleine Worte drauf. Ich habe den Kompass mit einem Kompass. Der Kompass ist hier so sehr. Das ist so gut. Und da habe ich so viele andere kamen. Und dann enthząd, ob ich die Kompass mit einem Kompass, dass ich da hatte, da habe ich euch auf flaut. muss darüber flutet werden also muss doch da hinten sehr frei war doch richtig dass ich jetzt erinnere ich mein schlüssel bekomme ja Ja, frag ich. Wird dich nett von dir. Ah, 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 ah. Ah, das Ei. Ah, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ja, da gibt es auch kein BD-Möje-Spraybanken. Nichts von dem Gleichen. Er soll mal ein Herz frei lassen können, weil es gerade. Juhu, langsam wird es dunkel. Ja, wirklich. Ja, wirklich, ja. Aber hier müsste es erschienen können. Juhu. Ähm. Ah, das ist halt jetzt schon wieder rum. Ja. Ja. Einfach mal ein paar Räume, die auf den Pia. Ja. Ja. Juhu. Ernsthaft. Für 20 läppische Rubina. Und ich hab mir den Arsch versäuden lassen. Ja. 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 Ich sag' dann mal hier erstmal für dieses Let's Play den Schluss. Und. Dann bis zum nächsten Mal. Dann machen wir an dem Wasser-Tempel jetzt den weiter, denn danach. Und. Also erst versuch' ich nochmal jetzt hier. Ja. Ja. Die sein dass es jetzt hier ein Feuerdingkir gibt. Naja. Ich beiß gleich ins Gras. Dann sag' ich mal. Bis, äh, reinhauen, und bis zum nächsten Mal. Und schau' Untertitelung des ZDF, 2020